Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Software-Architektur im Stream. Heute mal wieder mit Christoph Isel nun. Hallo Christoph. Hallo Lisa. Genau, heute gibt es eine Besonderheit, nur nochmal für alle, die das Video jetzt schauen. Wir sind gerade nicht live, sondern wir haben vorher aufgezeichnet. Es kamen Fragen rein zu der Episode, die wir heute drehen, die werden wir beantworten. Falls ihr im Nachgang Fragen habt, könnt ihr gerne im Schnack, also Eberhard wird den Link noch unter das Video packen, Fragen oder auch bei uns im Software-Architektur Slack. Genau, jetzt erstmal zum eigentlichen Thema, genau worüber wollen wir heute sprechen, über Zero Trust. Das ist ein Thema, das von jemandem von euch herangetragen wurde über den Software-Architektur im Stream Slack und wir haben uns gedacht, wen könnte man da besser ausquetschen als den Christoph. Und genau darum wird es heute in dieser Folge gehen. Also die allererste Frage, die ich jetzt mal stellen wollen würde, ist, wo kommt Zero Trust überhaupt her? Ist so dieser Begriff. Ja, das ist ja zum Glück noch eine fast einfache Frage. Im Gegensatz zu der Frage, was ist das überhaupt? Wo kommt das her? Bekannt wurde das durch den John Kinderwack von Forrester Research. Also war damals bei Forrester Research als Analyst angestellt. Der hat im Jahr 2010 diesen Begriff benutzt, um erstmal sich sozusagen ein Security-Modell vorzustellen, was sich abgrenzt zu dem, ich nenne das jetzt mal klassisches Security-Modell. Wobei das klassisch, naja, das gibt es halt heute immer noch, wahrscheinlich sogar noch verbreiteter, als es so ein Zero Trust-Modell gab. Aber sozusagen so ein bisschen als Gegensatz, um den größeren Gefahren, die aufkommen seit immer mehr Services, Geräte und so weiter ans Internet angebunden sind und auch der immer größer werdenden Professionalisierung von Leuten, die da Schindluder treiben, irgendwas entgegenzusetzen. Also daher kennt man das. Der Begriff ist schon deutlich älter. Die Wikipedia sagt, eigentlich kommt der 94 von einer Dissertation von Stephen Paul Marsh. Da geht es um ein, also er benutzt auch den Begriff Zero Trust und da geht es um eine Formalisierung des, also von Trust, von Vertrauen in Computernetzwerken beziehungsweise Konzepten. Das hat aber nicht so viel damit zu tun, wie wir das heute verwenden. Deshalb ist das, wenn man das auf den John Kinderwachs rückführt, schon richtig. Also ich finde es interessant, was für Themen, also wenn man da mal reinguckt, das ist aus 94, kann man im Internet abrufen. Da geht es zum Beispiel auch um, also die Domain of Distributed Artificial Intelligence, also eigentlich ein Thema, was gerade wieder aktuell ist. Aber da natürlich um was anderes. Da hat man sich noch so vorgestellt, dass Agenten für einen, also KI-Agenten im Netz für einen Dinge tun und wie da Vertrauen zwischen Agenten, zwischen Agenten und Systemen und Usern und Agenten und so hergestellt werden kann. Und da sind ganz viele Aspekte drin, die von Moral bis Regulierung und sonst was gehen, in Sachen Trust. und hat nicht ganz so viel mit dem zu tun. Aber da war der Begriff wohl schon früher da. Und unter verschiedenen anderen Namen wurden ähnliche Konzepte, wie der Kinderwagd, die beschrieben hat, auch schon vorher beschrieben. Es gibt dann einmal vom Jericho-Forum, das ist so ein Symposium, Veranstaltungen für IT-Systeme, auch schon früher, ich weiß das ja nicht so genau, ich glaube, also Anfang der 2000er Jahre, also bestimmt fünf, sechs Jahre vor, bevor John Kinavagd mit seiner Definition kam, sowas von Deperimetrisierung. Also wir haben so eine Perimeter-Security und der Begriff Deperimetrisierung kam da schon auf. Und gleichzeitig hat Google auch angefangen, sowas wie eine Zero-Trust-Architektur aufzubauen für sich. Die nennen das Beyond Corp. Das kann man auch als Produkt irgendwie kaufen, aber nur auf Anfrage. Und das entstand wiederum sozusagen auf den, es gab da mal, ich weiß nicht, wann es genau war, ein größerer Hackerangriff auf die amerikanischen IT-Riesen und zwar von chinesischen, also vom chinesischen Geheimdienst oder von Hackergruppen, die dem chinesischen Geheimdienst näherstehen, die dann in alle möglichen Systeme eingedringt sind, unter anderem bei Google, Akamai, Yahoo, was weiß ich was, überall ganz viel dabei. Und das war so ein bisschen so eine Reaktion darauf, dass man, wenn die Leute im Netzwerk sind, halt nicht sozusagen den Totalschaden hat. Da gibt es den Begriff Zero-Trust auch nicht, aber der beschreibt, hat große Schnittmengen damit, was heutzutage damit verbunden wird. Also ja, aber wenn man sich dabei merkt, 2010, John Kinderwerk, Fall-Story Research, gibt so einen Report, den kann man sich heute auch noch runterladen, da sind so irgendwie so ein PDF mit, ich weiß nicht, 15 Seiten oder so. Kann man auch noch mal reingucken. Aber Vorsicht ist geboten, das, was da so drin steht, damit kann man heute gar nicht so viel anfangen. Also das hat sich natürlich jetzt auch ausdifferenziert, was damit gemeint ist oder vor allem auch, wie das konkret umgesetzt wird. Aber da hat das so seinen Ursprung. Sagen wir mal so in den letzten zehn Jahren kam das so in den IT-Mainstream rein als Begriff. Rindsch, lustig, du hast gesagt, das kann man ja noch relativ einfach beantworten, wo der Begriff fair kam. Das klang jetzt alles schon mal gar nicht so einfach. Es war ja schon eine kleine Abhandlung, wo schon überall der Begriff aufgetaucht ist. Aber man kann jetzt nicht, also kannst du mir einfach beantworten, was ist Zero-Trust? Nee, das ist deutlich schwieriger. Also bei dem anderen hätte ich jetzt auch einfach ja chronologisch vorgehen können und sagen, ja, da gab es die Dissertation, da ist der Begriff vorgekommen mit einer Bedeutung, die er jetzt heute nicht mehr gehabt hat. Und dann das hierische Forum und Google und dann hier den John Kinderwack und das sozusagen als Initialzündung. Könnte man machen. Und dann ist die Antwort einfach. Ich habe jetzt ein bisschen Kontext gegeben, da hört sich das kompliziert an, aber ist dann einfach. Aber was sich dahinter verwirrt, das ist deutlich schwieriger, weil da gibt es jetzt nicht die einheitliche Definition darüber, was ist das? Sondern das ist ganz unterschiedlich. Fangen wir mal mit Negativbeispielen an. Das kann ich als Produkt kaufen. Also so Netzwerkausrüster haben auch so Zero-Trust-Produkte als Software auf ihren Routern oder als Spezialsoftware oder in ihrer Firewall. Und da steht dann das Label Zero-Trust drauf. Und was meinen die damit? Also was macht das? Ja, das ist sehr unbekannt. Das ist ja Marketing und Werbung und nicht unbedingt das, was man vielleicht damit verstehen will. Aber das ist, was ich sagen will, das ist halt erstmal, erst mal ist das kein Produkt, was ich so kaufen kann. Auch wenn dann die das Label draufschreiben, das ist jetzt Zero-Trust. Das mag auch vielleicht unterstützend sein, um Zero-Trust-Architektur bei sich zu verwirklichen. Aber ich kann das nicht kaufen. Das ist erst mal, es ist kein Produkt, was ich so habe. Sondern das kann man vielleicht sagen, das sind Architektur-Prinzipien, die ich einsetze, um zu einem anderen Sicherheitsmodell zu kommen. Welche das sind, können wir gleich mal schauen. Das Problem ist, wenn man sich zum Beispiel das Original anschaut, dann ist das, also den Report von dem Kinderwack, dann sind da sehr viele Dinge drin, die eigentlich sehr, sehr nah an der damaligen und heutigen Netzwerktechnologie sind. Also da geht es darum, also damals gibt es ein hierarchisches Netzwerk und das sollte sozusagen mehr so flat sein, also eingestampft werden. Es gibt sowas wie Firewalls, die an bestimmten Stellen stehen. Die stehen jetzt nicht mehr da, sondern die heißen dann auch noch anders. Dann macht man nämlich eine sogenannte Segmentierung in Micro-Core und Perimeter. MCAP auch genannt. Also steht da so schön als Abkürzung. Und da steht aber nicht drin, wie man die macht. Und dann wird aber gesagt, ja, das kann man auch mit einer Firewall machen. Aber in irgendeinem YouTube-Video, wo er so einen Vortrag hält, da sagt er auch, ja, man wollte es aber halt nicht wieder Firewall nennen, damit keine Verwirrung herrscht und hat eigentlich noch mehr Verwirrung erzeugt. Aber da war es ja auf die Netzwerkebene beschränkt. Und heutzutage ist es halt nicht nur Netzwerk, sondern da spielt, ist das so ein Mischmasch oder komplizierteres Beziehungsgeflecht zwischen dem Anwender von IT-Services, der Authentifizierung, dem Kontext, in dem sich der Anwender bewirkt und in dem das Netzwerk steht, das Gerät, mit dem der Anwender darauf zugreifen will, sein Mobiltelefon, sein Rechner und die eigentliche Applikation. Und da sind dann ganz viele Aspekte. Und dann könnte man sagen, man kann bestimmte Design-Aspekte dazu nehmen, um diese Architektur an den verschiedenen Stellen, Schnittpunkten, die ich jetzt genannt habe, dann einzuführen. So, das ist eine Möglichkeit, das zu erklären. Wir können auch einen anderen Versuch nehmen, dieses, wir stellen das gegenüber zu dem klassischen Perimeter-Security-Modell. Magst du das vielleicht nochmal kurz erklären, Perimeter-Security? Ja, gerne. Also Perimeter-Security ist relativ einfach. Man hat halt sozusagen die verschiedenen Perimeter, an denen irgendwelche Autorisierungs- oder Zugriffsentscheidungen getroffen werden. So, ein klassisches Beispiel für IT, Enterprise-IT. Man hat irgendwie was im Internet stehen, so, und der greift dann auf einen Server zu, der steht in der DMZ, der demilitarisierten Zone, wo halt Zugriffe nur in eine Richtung funktionieren, nicht aber in die andere Richtung. Und von da aus wird es ins innere Netzwerk zugegriffen, wo dann vielleicht die eigentlichen Applikations-Server stehen. Und vielleicht gibt es dann noch mehr Perimeter, die irgendwie was machen, wo man dann noch eine Netzwerk-Segmentierung hat, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, da, wo es um Geldtransaktionen geht, Zahlungsnetzwerke oder so, dass die dann nochmal abgesichert sind und dann nochmal durch, vielleicht die Request durch eine spezielle Firewall leiten und man da einen zentralen Punkt kommt. Und das kann man sich so vorstellen, wie so klassische, wie so Burgen befestigt sind. Du hast irgendwie vielleicht einen Erdwall erst vorher, wo die Angreifer drüber müssen. Danach hast du ein Wassergraben mit Krokodilen drin. Und dann kommt die hohe Burgmauer. Und das sind so alles Punkte, die überwunden werden müssen. Aber, und jetzt kommt das, wenn du den Perimeter überwunden hast an einer Stelle, dann kannst du innerhalb des Perimeters alles machen. Also wenn ich sozusagen intern in der Burg bin und da das Feuer lege, davor ist jetzt erstmal kein Schutz da durch diese Perimeter. Also der Wall außerhalb der Burg nützt mir nichts gegen den inneren Feind, der das Feuer legt und die Burg dann niederbrennt. Und so ähnlich ist es auch in IT-Systemen. Also sagen wir, so ein Applikationsserver kann oder kann das oft einfach beliebig auf die Datenbank zugreifen, weil man vertraut denen. Also weil es kommt aus dem internen Netzwerk dieser Zugriff, also wird dem vertraut. Oder die Schnittstellen, die so ein Applikationsserver bietet, die können von überall aus dem internen Netzwerk einfach aufgerufen werden und der wird dann antworten. Weil der Schutz besteht am Perimeter, das heißt vielleicht in der Firewall zur DMZ, wo man davon ausgeht, ja, diese Zugriffe werden nur von dem Web-Server nach außen zugelassen und der ist auch autorisiert, das zu tun. Und jetzt kommt der auch ins Spiel, warum der John Kinderwag diesen Zero-Thrust-Begriff aufgegriffen oder genommen hat. Sondern wir haben jetzt nicht mehr solche Bereiche, wo alles trusted ist, man vertraut dem, sondern man vertraut niemals. Im Sinne von, ich überprüfe auch immer. Es ist ein Prinzip, ich glaube, das hat er so benannt, bin ich aber nicht ganz sicher. Das heißt, verify and never trust. Das heißt, ein Request kommt rein und ich gucke erst mal, ist dieser Request denn legitim? und egal, ob der jetzt aus meinem inneren und äußeren Netzwerk kommt. Und auch eins, was dabei ist, so ein Prinzip ist halt, dass interne und externe Netzwerke als gleich wenig vertrauenswürdig behandelt werden sollen. Und das ist halt der Gegensatz dazu, dass man sagt, ja, es gibt diese Perimeter, gab es früher, Neuzutrage, alles, was so an Anfragen an so ein Service reinkommt, den verifiziere ich erst mal, ob der dazu autorisiert ist, ob der das überhaupt machen darf. Das ist jetzt die einfache Form und das kann man gut als Gegensatz zu denen nehmen, wir haben jetzt keine Security-Perimeter mehr. Also manche Leute geht so weit und sagen dann, also der Test dafür, ob ich eine Zero-Trust-Architektur habe, ist, wenn ich alle meine Services einfach ins Internet stellen kann und von da zugänglich machen kann und ich schlafe trotzdem gut, weil ich weiß, die sind sicher, dann habe ich ja eine Zero-Trust-Architektur. Ich würde nicht so weit gehen, also meiner Meinung entspricht das nicht, weil eins, was wichtig ist aus meiner Perspektive und das sage nicht nur jetzt ich, sondern das, deshalb sage ich, das ist ungeklärt, was heißt das überhaupt, Zero-Trust, ist nämlich, dass man da, auch wenn man so eine Zero-Trust-Architektur macht, nicht unbedingt auf Perimeter verzichten sollte oder muss, die können trotzdem ihren Zweck erfüllen, die muss man vielleicht anders einbinden, aber trotzdem ist das gut, wenn man vielleicht nicht alles am Internet direkt hängen hat, sondern vielleicht trotzdem irgendwie eine Stelle, wo ein Request reingeht und da schon mal vielleicht abgeblockt wird. Also das muss kein Gegensatz sein, ich muss nicht sagen, ich muss meine Perimeter abbauen, sondern ich kann die genauso haben, ich kann segmentierte Netzwerke haben, ich kann an Übergabenpunkten Firewalls haben, die Dinge rausfiltern oder sonst Autorisierungen vielleicht vornehmen, müssen auch keine Firewalls sein, die haben dann auch unterschiedliche Namen, das sind dann manchmal als Security Gateway, ich hatte ja vorhin gesagt, dass der Kinderwerk auch sagte, Firewall wollten sie nicht unbedingt benutzen, dass verschiedene Softwareprodukte sein und deshalb, ja, man kann das als Gegensatz zu einer Perimeter-Security sehen, aber ich würde sagen, nee, das ist eine andere Art und Perimeter können dabei trotzdem bestehen bleiben. Also ich kann natürlich, jetzt gehen wir wieder zurück auf das Bild mit der Burg, ich kann natürlich auch gucken, dass ich den Leuten, die in meiner Burg sind, trotzdem nicht blind vertraue, sondern denen vielleicht nicht Fackeln und Öl an die Hand gebe oder nur ausgewählten Leuten Fackeln und Öl an die Hand gebe, das kann ich ja machen und dann habe ich dieses Modell vermischt, deshalb bin ich kein so ein Freund zu sagen, du musst halt alles ans Internet stellen können und dann hast du Zero Trust und wenn du ein Perimeter hast, dann nicht, das kann sich ergänzen. Aber für die Herleitung bringt das halt was, um zu sagen, aha, nicht nur, weil wir in der gleichen Netzwerkzone sind und wenn wir das jetzt erweitern, bezieht sich das nicht natürlich nur auf Services, sondern auch sowas, ich hatte ja vorhin gesagt, User Authentication, Kontext und so, wenn man im V, viele Unternehmen haben ja so, dass man die inneren Systeme nur drankommt über ein VPN. Und dann ist es ja auch so, wenn ich einmal im VPN bin, habe ich Vollzugriff auf alles. Das muss ja auch nicht so sein, sondern da kann man ja auch, da kommen wir vielleicht gleich drauf, was man so alles tun kann, weitere Security Measurements vornehmen, aber das heißt ja nicht, dass ich unbedingt ein VPN auch abschalten muss und sage, ihr kommt, wir setzen das alles ans Internet und machen die Angriffsfläche entsprechend höher. Wobei das Thema, sollte man ein VPN haben oder nicht, natürlich nur, weil er wahrscheinlich eine eigene Sendung erfordert, da sind natürlich auch x Aspekte dabei, aber das macht es halt ganz gut. Das ist die Brücke ins interne Netz und ab da kann ich in dem ganz klassischen Modell alle vertrauen. Und noch ein letzter Punkt, jetzt mit dem ganz klassischen, das ist natürlich immer nicht schwarz und weiß binär. Also es ist nicht immer so, dass alle, die so eine klassische Perimeter Security haben, alles in dem gleichen, wird es genau gleich vertrauen oder so. Da gibt es vielleicht auch Mechanismen, um zu sagen, da gibt es mal eine Ausnahme. Zum Beispiel, ich hatte ja Datenbank gesagt, dass die Datenbank vielleicht auch einen Username und Passwort erfordert, also irgendwie ein Secret, ist ja meistens auch schon Standard dabei. Und trotzdem habe ich die Perimeter und nur weil das eine System jetzt Username und Passwort erfordert, heißt das nicht, dass ich Zero Trust habe. Also da geht, das ist so ein Kontinuum und da muss man halt sehen, wo man sich da befindet. Also es ist keine Binärentscheidung, ich bin jetzt Zero Trust oder nicht, sondern das ist ein Weg, den man beschreitet, den ich gut finde, aber wo man nicht sagen kann, ja oder nein. Ja, so eine Skala dann quasi. Ja, ja, genau. Also deshalb, ja, also ich kann schon sagen, ich setze da drauf und wenn ich neue Systeme einbinde oder entwickle, dann mache ich das nach den Prinzipien. Aber es gibt auch Altsysteme, die muss ich ja vielleicht auch einbinden und die unterstützen vielleicht die ganzen Maßnahmen, die man da treffen möchte, auch gar nicht. Da muss ich ja mal auch was überlegen und dann sage ich, ja, mache ich halt eine klassische Perimeter-Security und vor mein altes ERP-System mache ich dann halt eine Firewall und ein Netzwerksegment und was weiß ich was. Und, aber da drin kann ich halt nichts tun, weil vielleicht ist das ein Third-Party-Produkt, da kann ich auch vielleicht gar nichts einbauen. Also ich kann da nicht sagen, ich baue das dann mit der Zeit um, sondern dann ist das halt so und dann muss ich halt da trotzdem an der Stelle perimeterbasierte Security einsetzen und kann auch nur perimeterbasierte Security an der Stelle einsetzen. Da habe ich dann vielleicht gar keinen Einfluss daraus. Deshalb finde ich dieses Du bist Zero Trust, ja oder nein, halt relativ schwierig, sondern ich kann sagen, ja, du bist auf der Skala sehr weit und das ist gut oder du bist halt noch nicht so weit und das ist ja auch okay. Vielleicht lohnt sich das auch nicht immer, dass so ein Umbau, gerade so eine Legacy-IT ist auch da mit vielen Kosten verbunden und zu sagen, wir gehen jetzt auf Zero Trust, sondern dann sage ich ja, aber neue Sachen versucht man nach den Prinzipien zu designen. Würdest du das immer machen? Also wenn du jetzt was Neues designen musst, neue Architektur aufsetzen musst, würdest du dann immer den Zero Trust Weg gehen? Also kombiniert mit Perimeter Security? Also ich würde das versuchen, danach meine Software zu designen, so weit wie möglich, dass sie das unterstützt, weil ich halte das für, von beiden Modellen für das sichere Modell. Also das schon, aber da muss man, wie bei jedem Projekt, ist das natürlich auch eine Abschätzung, wie viel kostet mich das denn und wie gut passt das in den jeweiligen Kontext? Also wenn ich jetzt sagen würde, wir sind hier in so einer Legacy, riesigen Legacy, Enterprise-Statswerk und alle Applikationen funktionieren nach Perimeter Security und ich baue da jetzt so einen Mini-Service ein, der irgendwas PDF-4 hat. So, mache ich meinen Micro-Service zu, weil es einfacher ist, als irgendwelche uralten Legacy-Software was ranzubauen, die, was weiß ich, in Kobol geschrieben sind und dann mache ich einfach so einen Service, der mir das macht. Ob es sich da lohnt, dann Zero Trust einzubauen, wage ich zu bezweifeln, weil alles andere nach Perimeter geht und da jetzt erstmal kein, 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 nicht in Sicht wäre, dass das jetzt zeitnah umgestellt wird, dann muss man sich überlegen, ob sich das lohnt. Aber gehen wir jetzt mal so von aus, so ein System entwickelt sich weiter und wir machen mehr als ein Service da rein, sondern wir haben eine Roadmap in den nächsten fünf Jahren, wollen wir das und das und das und dafür brauchen wir neue Services. Dann kann ich, würde ich schon sagen, ja, da sollte man schauen, dass ich mir die Prinzipien anschaue und gucken, welche ich benutzen werde. Dann lass uns mal über die Prinzipien sprechen. Also welche Prinzipien verbergen sich unter Zero Trust? Ja, das Wichtigste hatte ich ja genannt, Verify and Never Trust, da kommen wir gleich mal dazu, was das genau bedeutet. Die ist auch nicht 100% gleich bei den Definitionen. Also von dem Kinderwack kommt ja das. Der sagt dann auch noch Inspect and Lock all Traffic. Das heißt, alles, was im Netzwerk so kommt, das schaue ich mir auch an, auf Anomalien oder auf Dinge, die nicht passieren sollten. Dann Designprinzipien von innen heraus, also nicht zu sagen, ich kümmere mich nicht darum, sondern ich stelle einen Perimeter darauf, sondern ich baue das entsprechend ein, was so ein Prinzip ist, wo ich sage, ja, das ist schön, aber da verbirgt sich konkret alles und gar nichts hinter. Naja, dann sagen wir mit Compliance, Design with Compliance im Mind, wo ich sage, das ist vielleicht auch schwierig, mal zu sagen, was heißt das, Compliance kann so überall unterschiedlich sein und dann Embed Security into Network DNA, äh, auch komplett schwierig, ne? So, ich habe das jetzt gesagt, ähm, um das mal entgegenzustellen zu anderen Definitionen, ähm, zum Beispiel von, äh, den englischen Network Cyber Security Center, heißt es glaube ich, also, äh, äh, die NIST hat auch so eine Definition, aber jetzt, äh, einmal von, von, von den Engländern und die machen Single Strong Source of User Identity, ne? Dahinter verbirgt sich dann Authentifizierung, also der User, der das benutzt, äh, da will ich, äh, klar haben, wer ist das, ne? Und, äh, diese Identity sollte auch nur aus einer Quelle kommen. Das heißt, nicht in jedem System habe ich x-tausend User, äh, unterschiedlicher Art, sondern ich habe eine zentrale Nutzerverwaltung, Irgendwas weiß ich, typischerweise, also sowas wie ein Active Directory oder Meldup, oder wenn man externe nimmt, hat man das vielleicht in Okta oder aus Zero und wie die alten Anbieter heißen, ähm, die Technik spielt jetzt auch erstmal keine Rolle, aber ich habe ganz klar, wer das ist, ne? Also der, äh, CI äh, ist jetzt nicht in dem einen, kann nicht in dem einen System jemand anders sein, Weil die alle separate Nutzerverwaltung haben, In so einem Großkonzern, äh, was weiß ich, mehrere zehntausend Mitarbeiter, da werden Leute den gleichen Namen haben, so, und dann da zu sagen, äh, wer ist das jetzt, nur, wer, wer verbirgt sich dahinter, ist halt schwierig, also will man zentral haben. Dann, äh, User Authentication, ne? Das heißt, okay, wie, wie stellen die denn sicher, dass sie das auch sind? Also die Identität ist klar, zentral gemanagt, aber die müssen sich auch einmal anmelden, dass man weiß, äh, der Nutzer hat sich, ist das jetzt auch wirklich und nicht irgendeiner, der per Phishing die Credentials gemacht hat, ne? Und dann kann man so Prinzipien nehmen wie Two-Factor Authentication, Und sagen, okay, äh, der Nutzer muss halt sich mit zwei Faktoren anmelden. Da hat man eine ganze Reihe an Risiken ausgeschlossen, so alles was, oder viel was Phishing angeht, äh, oder Passwort, äh, äh, Leaks auf anderen Seiten, wo man vielleicht dasselbe benutzt hat und so weiter. Das kann aber auch heißen, jeder Nutzer kriegt einen, äh, Passwortmanager und, äh, dieses, äh, Doppeltverwenden oder so passiert dann vielleicht nicht mehr, ne? Gibt's ja auch eine Möglichkeit. Wäre auch eine Umsetzung dieses Prinzip von Strong User Authentication. Äh, dann kann man schauen, dass man vielleicht eine risikobasierte, äh, äh, Authentifizierung macht. Was heißt das? Ähm, ähm, wenn man sich so, boah, jetzt weiß ich, bei Google, Yahoo und Microsoft anmeldet, äh, dann scheiterst das manchmal, wenn man irgendwo ist, wo man sonst noch nicht war. Ich bin da am Flughafen, ich bin irgendwie meilenweit weg. Dann, hat, hast du das vielleicht schon oder auch die, äh, Zuschauerinnen vielleicht mal mitbekommen, da kriegt man eine Mail, ja, bist du das wirklich, ja, was ist, na? Wir kennen dich nicht, wir kennen deine Maschine nicht, ne? Ähm, und, äh, und, äh, dann kann man halt sagen, das ist sozusagen risikobasiert. Es werden ganz viele Faktoren genommen. Wo meldet sich der an? Ist das eine öffentliche IP-Adresse? Ist das eine interne IP-Adresse? Hat er sich da schon mal angemeldet? Ist das Gerät vielleicht schon bekannt, ne? Also, der hat sich auf diesem Gerät angemeldet oder ist ein neues Gerät und dann, äh, mache ich noch zusätzliche weitere Faktoren, ne? Zum Beispiel, dass ich in der E-Mail erstmal sagen muss, ich klicke auf den Ding und sage, ja, das bin ich jetzt auch wirklich, ne? Dann hat man nachher nicht mehr zwei Faktoren, sondern drei Faktoren, die man gemacht hat, so was. So, ähm, und vielleicht muss ich das, wenn ich über das VPN komme beziehungsweise über den, äh, im Internetnetzwerk dann vielleicht nicht machen, ne? Und diese Information sollte dann auch, äh, mitgeschleppt werden zu den Requests, ne? Und zu sagen, äh, der Requests kommt bei meinem Service an und da steht ein Nutzer und ich sehe, wie hat er sich angemeldet? Und wann hat er sich angemeldet? Ähm, das kann man machen, so, wenn man sowas nimmt wie, äh, OpenID, also, und O aus als zentrale, äh, Autorisierung, äh, und, äh, Authentifizierungsmechanismen. Ist ja jetzt nicht unüblich. Ähm, ich glaube, bei Sammel geht's auch. Da steht dann in den Tokens, die man so mitbekommt, um sich auszuweisen, steht dann drin, wie hat er sich angemeldet und, äh, wann war das? Und dann könnte man zum Beispiel sagen, ja, der hat sich jetzt vor fünf Stunden angemeldet und der greift hier auf sensitive Daten zu, melde dich bitte nochmal an, ne? So was kennt, äh, kennt man zu Hause, wenn man bei Amazon bestellt, man ist im Warenkorb, äh, äh, da lege ich da auch alles drin und sonst wie, aber wenn ich dann zur Kasse gehe und bezahlen muss, dann muss ich mich manchmal neu das Passwort eingeben, also reauthentifizieren. Und das kann man aus diesen ganzen Kontextinformationen machen, ne? Da könnte der Service sagen, das reicht mir jetzt nicht, ne, äh, äh, an Authentifizierung, mach das nochmal bitte neu. Oder umgekehrtes Modell, man meldet sich nur mit einem Faktor an, hat aber zwei Faktoren, aber bei einer kritischen Transaktion musst du doch nochmal deinen zweiten Faktor eingeben, ne, und das sicherzustellen. So. Dann gibt's die, äh, ganze Themengebiet, äh, Maschinen, äh, Authentifizierung, ne? Also, äh, die Maschinen untereinander müssen sich halt kennen. Wobei das so ein bisschen schwammig ist, sind es jetzt Maschinen oder auch die Services, ne? Also, wir hatten vorhin das Beispiel, äh, Zugriff auf die Datenbank, dann ist halt die Frage, wenn wir im Internetnetzwerk sind, welcher Service darf überhaupt auf welchen anderen zugreifen, ne? Und auf welche Datenbank oder so? Man könnte ja schon direkt ablehnen, äh, auch, äh, bevor man sagt, äh, hier Passwort und Username für die Datenbank, wenn das von einem Service ist, der auf diese Datenbank gar nicht zugreifen kann, ne? Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Da bietet sich auch bei O aus an, äh, äh, der Client Credentials Flow, für Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Äh, was man aber öfter sieht, ist halt, äh, TLS, Mutual TLS, das heißt, der Client präsentiert ein Zertifikat, das bin ich, also ich bin der Service XY, da steht hier ein Zertifikat, und der andere Service kann dann prüfen, ah ja, der, der Service ist, äh, 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 für mich, ähm, darf mich auch aufrufen. Nur der Service. Welcher Nutzer dahinter steckt, äh, ist an einer Ebene höher, darf der auf die Daten überhaupt zugreifen, aber erst mal darf dieser Service überhaupt zugreifen, ne? Das ist ja auch eine wichtige Information. Äh, und das ist schwammig in Sachen Maschine, was ist, also ich würde es eher sagen, das geht erst mal um die Services, weil wenn wir so eine moderne Architektur haben, äh, wo Services, äh, Instanzen dynamisch skaliert sind, dann sind die nicht immer auf denselben Maschinen oder so, ne? Äh, äh, gleichzeitig gibt es da drunter die Ebene, was weiß ich, wir haben einen Kubernetes-Cluster, die Knoten untereinander sollten auch authentifiziert sein, Das ist dann Hardware zu Hardware, äh, äh, das kann man auch vielleicht mit Zertifikaten machen, in dem Overlay-Network, was da Kubernetes aufbaut, das kann man aber auch, äh, äh, auf den Routern oder so machen, ne? Also so, so Knoten, die sind nicht ganz so schnell immer, ähm, da, also vielleicht in der Cloud-Umgebung vielleicht schon, aber vielleicht im internen Rechenzentrum nicht, und dann kann man das vielleicht auch so sozusagen hinterlegen in den Routern, wer darf, also welche Pakete werden überhaupt wohin geroutet und, äh, sind dann durch, authentifiziert oder nicht. Genau, ähm, dann, äh, äh, zentrale Policies für Autorisierung, ne? Also wer darf denn überhaupt was machen, ne? Das ist, ähm, ein Bestandteil, den man noch mit einbeziehen soll, ähm, und natürlich, äh, zentrale, äh, Exzess-Control-Steuerung, also, ähm, das, also der Unterschied, Authorization ist, beantwortet die Frage, wer darf was, und der Exzess-Control setzt das auch durch, ne? Also das eine sind die Gesetze, das andere sind die Polizisten, die das durchsetzen müssen, sozusagen. Ähm, das ist sozusagen auf der Applikationsebene, das auch für den Graubereich, äh, in so, Training, sag ich auch manchmal, oder stelle die Frage, wo soll sowas gemacht werden? Das kann man auch in die Applikationen verschieben, ne? Ähm, 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 wichtig dabei ist, immer, das hatte ja der Kinderwack gesagt, mit Compliance, und auch hier, wenn man jetzt von der NIST kommt, oder von dieser englischen Cyber-Security-Behörde, die sind natürlich auch ganz heiß auf Compliance, die wollen immer zentrale Mechanismen haben, um das nachvollziehen zu können, oder so, deshalb ist das so ein bisschen da drin, kann man drüber streiten, deshalb sag ich, ist alles nicht so 100% definiert, ähm, dabei, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, auf jeden Fall, dass, äh, eine Autorisierung besteht, überall, und auch Exzess-Control durchgesetzt wird, überall, ne? Und, ähm, ja, genau, ähm, das ist das, und der letzte Punkt ist, äh, die, äh, Device-Integrity, das heißt, äh, der, wenn ich jetzt mit meinem Rechner zugreife, dann sollte der vielleicht nicht mit, äh, mal wäre er infiziert sein, oder mein Handy auch nicht, dass man das sicherstellen kann, was nicht so einfach ist, ne? Um zu sagen, äh, okay, woher weiß das im Netzwerk jemand, aber da gibt's auch Möglichkeiten, zum Beispiel bietet Microsoft an, sogenannte Remote-Attestation, ähm, da wird beim Boot-Vorgang wird schon, das ist ja auch alles, haben ja auch, äh, die jetzigen Notebooks alle so ein Secure-Boot, die dann sagen, okay, der Bootloader ist digital signiert und dann wird das überprüft, und diese Remote-Attestation geht so weit, dass, äh, der Rechner sozusagen kann, da läuft nur Software XY, äh, in der signierten Form, ne? Also abgesegnet. Und das kann ich sozusagen als, äh, Remote abrufen oder per Token oder so, da gehen wir vielleicht mal nicht in die technischen Details ein, das ist auch sehr kompliziert, aber da kann ich sagen, okay, da läuft jetzt nichts anderes und keine Malware, kein Prozess mit Malware und die Software wird auch nicht verändert, ne? sowas geht. Es gibt auch andere Anbieter, die machen, sind dann so ähnlich wie so Viren-Scanner, oder was weiß ich, äh, McAfee, Synaptic, sonst was, äh, Simatec und wer weiß, wer das alles anbietet, Antivira, äh, die laufen dann so und machen das ähnlich und schauen, dass nur, äh, Software da drauf läuft, die irgendein Administrator mal als okay gemacht hat oder, dass der Patch-Level, den das Gerät hat, ne? Also welches, welches Betriebssystem, welcher Patch-Level ist da drauf, dem entspricht, was man in den Policies vorher gemacht hat und wenn nicht, wird das einfach abgelehnt, und das, also das mit dem Device ist noch der größte Schwachpunkt, weil dafür gibt es wenig Lösungen, außer dieses Microsoft-Teil, was dann, wo dann Zertifikate in diesen TPM-Modulen natürlich stecken, die man am besten nicht auslesen kann oder Schlüssel dafür, äh, dass gleichzeitig natürlich, äh, schwierig ist, ähm, das für öffentliche Services zu machen, ne? Das kannst du machen, äh, wenn du so gemanagte Geräte hast, an denen du sowieso nichts machen darfst, ne? Vielleicht auch für Hochsicherheitsbereiche das Richtige, aber wenn man heutzutage, also so typische Entwicklerrechner sind ja bring your own device, ne? Du meintest mit dem das, oder du kriegst halt ein MacBook, wo relativ, äh, oder nicht nur MacBooks, sondern auch ein Windows-PC oder Linux, was drauf ist, wo du relativ viel Kontrolle selbst drüber hast, da sind, ist sowas extrem schwer umzusetzen, äh, zu sagen. Also die müssen schon gemanagt sein und, ja, also in Entwicklerkreisen, Entwicklerinnenkreisen ist das nicht so gern gesehen, wenn man dann halt irgendeine Software braucht und dann kann man, muss man erst um irgendeinen Administrator gehen, der einem das installieren kann oder das freigehen muss oder das dann erst geprüft werden muss und so, das ist dann oft schwierig. Während jemand, der Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin vielleicht irgendwo ist, das ist egal, der startet seine drei Programme und arbeitet immer mit denen, da ist das vielleicht auch ganz gut. Aber Device Integrity ist ein wichtiger Punkt für diese Zero-Trust-Sache, ne? Weil, wenn das Device infiziert ist in irgendeiner Form und kommt per VPN rein und kann Dinge da machen, dann kann die Malware da auch eingreifen und das ist halt schlecht. Genau. Das sind sozusagen jetzt die Prinzipien mehr aus der NIST und dieser NCSC, also dem britischen Pendant, die da aufgeschrieben werden, die finde ich deutlich greifbarer als was der Kinderweg da mal gesagt hat. Außer Verify Never Trust, das heißt, ein Request kommt rein und ich mache Verify, aber was heißt Verify? Ich gucke den User, User Authentication, Machine Authentication beziehungsweise Service Authentication, Device Integrity, das könnte ich alles gucken und dann habe ich das überprüft und dann gucke ich, ja, ist denn der User auch berechtigt, darf der das tun und wird das durchgesetzt, also Access Control und Authorization. Da hat man dann alles drin, wie setzt man das um? und der Rest ist so ein bisschen schwammig. Aber also genau, du hast jetzt wirklich viele Prinzipien gesagt und gerade dieses Verify and Never Trust ist ziemlich greifbar, also versteckt ja auch viel hinter, macht eine Zero Trust Architektur oder die, also wenn ich weiter auf der Zero Trust Skala für meine SCS Architektur beispielsweise voranschreiten würde, macht es das extrem viel langsamer. Also für mich hört sich das echt, also du musst viel validieren, du musst viel schauen, du musst immer und immer wieder alles anzweifeln, was reinkommt, wohingegen bei dieser klassischen Perimeter Architektur, wenn ich einfach meinem Innenleben quasi traue, dann gehen die Requests wahrscheinlich deutlich schneller vonstatten, als wenn ich Perimeter mit Zero Trust kombiniere. Ja, also gibt jetzt keine harten Zahlen dazu, aber ist offensichtlich, wenn ich so einen Zero Trust mache und sagen wir mal, der Request kommt erstmal bei mir an und ich muss dann entscheiden, Autorisierung zentral und Access Control und was weiß ich, Benutzer oder sowas, muss ich ja nicht als Cyber machen, gibt es sozusagen den Open Policy Agent, das ist so ein Stück Software, damit kann man so Policies definieren in so einer DSL und die auch auswerten lassen, dann schicke ich die halt sozusagen hin, dass der User-Kontext, also User XY, der hat vielleicht folgende Rollen und der kommt von, der Zugriff kommt halt von dem Service und der ist aber über einen VPN und aber nur über einen Faktor angemeldet. Dann werden diese ganzen Sachen genommen und diese Policy ausgewertet und die entscheidet dann, also zum Beispiel mit Opa Open Policy Agent sagt dann ja oder nein, Zugriff gewährt oder nicht und das ist dann auf einer Remote-Maschine und vielleicht muss diese Remote-Maschine auch wieder Zugriffe machen, um sich bestimmte Dinge zu holen, weil diese Policies sind dann vielleicht in der Datenbank, also ich rufe den Service an, der ruft wieder seine Datenbank auf, vielleicht guckt er auch nur nach einer User-Identity, nicht nach den Rollen, die ich mitliefer, die können sich ja auch dynamisch ändern, dass er sagt, das ist hier User mit ID so und so, gib mir mal die Rollen, da können natürlich Latenzen reinkommen, das muss man berücksichtigen, während man sonst sagt, das ist also klassische Schwarz-Weiß-Perimeter, der ist durch die Firewall durch, ist alles okay, ich führe den jetzt sofort aus, das wird sich bemerkbar machen, das ist klar. Aber wo du sagst, so Geschwindigkeit, ein anderer Aspekt gibt es natürlich, wenn ich so was ausbaue, dann ist das bei Perimeter oft mit manueller Arbeit verbunden, da muss ich Firewall-Regeln updaten und sonstiges und normalerweise ist bei so einem Zero Trust, dass ich irgend so was habe, heute nennt man das ja alles Plane, Control Plane, wo ich so diese ganzen Policies, welche Maschinen gibt es, welche User gibt es, alles irgendwie zentral steuern kann. Also wenn ich in einem Umfeld bin, wo sich viel tut, Services, neue Services, Netzwerkarchitekturen werden geändert, Dinge werden verschoben innerhalb des Netzwerks und so, dann bin ich wahrscheinlich mit einer Zero Trust Architektur deutlich schneller, weil Voraussetzung dafür ist, ich kann das auch vernünftig an zentralen Punkten managen und zwar auch dynamisch und das ist bei der klassischen Perimeter-Security halt nicht, sondern so, ich habe das in vielen alten Projekten auch noch vor meiner InnoQ-Zeit immer erlebt und ich höre das heute auch noch, ja, wer will zugreifen, ja, gib mir mal die IP, also, dass die auch vielleicht dynamisch für Services verteilt werden können oder verschiedene Instanzen gibt und so, das ist da alles nicht, sondern ja, das müssen wir dann in der Firewall schreiten und ich brauche die IPs und dann ist ein manueller Prozess, also auf der Ebene ist so klassische Perimeter oft nicht sehr viel schneller, hat aber jetzt glaube ich nichts mit deiner, der Intention einer Frage zu tun. Ne, genau für User dachte ich natürlich. Naja, also so in Sachen Latenz und wahrgenommen. Ja, da hast du recht, das ist mit mehr Aufwand verbunden und mit irgendwelchen Calls innerhalb des Systems und das kostet natürlich entsprechend Zeit, das muss man einplanen. Was ich jetzt auch noch gerade denke, wenn ich mit so Team Services entwickle, dann fühlt es sich so an, wenn ich Richtung Zero Trust gehe, brauche ich eher noch Security Expert in einem Team, als wenn ich, also diese Perimeter-Geschichten in Firewall wird nicht im Team konfiguriert, das sind eher Dinge, die eben dann so ein Ops-Chapter oder was auch immer erledigt. Aber für die Zero Trust-Geschichten, das ist ja wirklich was, was ich in meinem Service, in meinem Team implementieren muss und wo ich auch drauf achten muss. ja und nein, also du hast recht, also die, die zum Beispiel, dass ich sage, ich rufe jetzt so eine Policy Engine auf, die mir sagt, darf der das überhaupt oder nicht, ich gebe dir den ganzen Kontext und du sagst mir das, das muss ich dann wahrscheinlich selber implementieren in irgendeiner Form. Ja, aber es gibt auch Teile davon, je nachdem, wie, wo ich das implementiere, das kann ich dann auch wieder sozusagen an, an, an den Betrieb abschieben. Nehmen wir mal die Maschine und oder Service-Authentifizierung untereinander. Ich habe vorhin gesagt, das kann man mit Mutual TLS machen, also Client und Server haben jeweils ein Zertifikat und weisen ihre Identität aus und wenn ich zum Beispiel ein Kubernetes als Deployment Plattform habe, ein Kubernetes Cluster, da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten ein sogenanntes Service Mesh zu bauen, die so bestimmte Querschnittsaufgaben abnehmen und die meisten Service Mesh Implementierungen, die ich kennen, können auch dieses Mutual TLS mit Identitäten der einzelnen Services, können die von sich aus machen. Da brauche ich mich um die Ebene schon gar nicht mehr kümmern, weil normalerweise, was heißt normalerweise, aber oft ist es ja so, dass die Teams, die die Software entwickeln, nicht auch noch gleichzeitig den Kubernetes Cluster pflegen, kann auch so sein, natürlich, dass wir selber pflegen, dann müssen wir es auch machen, aber das könnte man zum Beispiel abschieben an jemand anders, der sich darum kümmert, um die Last von sich zu nehmen. Genauso bei der User-Authentifizierung. Wenn ich ein zentrales System habe, der das auf OpenID basiert, dann habe ich irgendwo einen Service, der diese Authentifizierung macht und dann kommt ein Redirect vielleicht später bei mir an mit einem Token und diese Tokens zu überprüfen erstmal oder zu validieren, ob die gültig sind, dafür gibt es in jeder Sprache Bibliotheken oder es gibt auch das Muster von solchen Proxys, die das machen. Also können einige hier, der Envoy oder so, der kann auch Tokens überprüfen, andere können das auch, das muss ich auch nicht neu erfinden und dann kann ich den zum Beispiel vor meinen Service stellen, meiner hört dann nur auf Localhost und die eigentliche Abwicklung nimmt irgendein Proxy da vor, an der Aufruf und der kann zum Beispiel diesen O aus OpenID-Kram könnt ihr mir abnehmen oder wie gesagt, wenn ich sitze Bibliotheken, brauche ich mich dann auch nicht drum kümmern und auch für so Opa, Policy Agent, nehmen wir mal an, wir würden das benutzen, dann gibt es dafür auch fertige Bibliotheken um zu sagen, um das Ding anzusprechen dabei oder SDKs, heutzutage sind das ja mal SDKs, wie man sowas benutzt, das heißt, sowas ist auch handelbar, man muss auch sehen, wie viel davon und in welcher Tiefe setze ich das denn jetzt um und wo setze ich auch meinen Schwerpunkt, mache ich alles auf Ebene des Users oder mache ich es auch eben mehr auf der Maschinen-Service-Ebene und rücke dann auf der Skala halt erstmal nur ein Stückchen vor und das, wie gesagt, alles auf einmal wird man sowieso nicht umbauen können und von daher, ich glaube, das geht, wenn man sich nicht überwältigen lässt und sagt, oh, das sind so viele Punkte, sondern einfängt und sagt, okay, wir haben sowieso ein Service-Mesh für Monitoring und Logging und Latenzmessung, da bauen wir jetzt noch das MTLS ein und die Maschinen-Authentifizierung oder Service-Authentifizierung vielmehr, dann kann man da schon viel machen, ohne dass das Team explodiert an den Aufgaben und sagt, wir machen jetzt nur noch Zero Trust, aber überhaupt keine Business-Features mehr. Aber PO, ganz schön traurig, wenn man nur noch Zero Trust macht und keine Business-Features. Ja, ist wahrscheinlich so, aber muss man sehen, man konnte auch warten, wo man steht. Wenn ich eine COBOL-Anwendung habe, wird es wahrscheinlich schwieriger. Ich kenne mich jetzt nicht so aus in COBOL, aber ich glaube, die Anzahl der OpenID und OAuth-Bibliotheken ist da wahrscheinlich überschaubar als den anderen Frameworks und Programmiersprachen. Also klar, da muss man halt sehen. Manchmal lohnt sich der Aufwand halt auch nicht. Genau, du hattest vorhin schon so ein bisschen über Legacy gesprochen, das Thema immer mal wieder angeschnitten und wir hatten über den Schnack eine Frage reinbekommen im Vorfeld und zwar von Ben, die würde ich dir gerne einmal weiterleiten und du kannst sie dann beantworten. Ben fragt, was sind die größten Herausforderungen beim Übergang von einem traditionellen Sicherheitsmodell zu einem Zero Trust Modell in einer großen föderierten Umgebung mit vielen Altsystemen und wie können sie überwunden werden? Wie können sie überwunden werden? Das ist wahrscheinlich abhängig von Fall zu Fall. Da gibt es keine pauschale Antwort, wie man sagen kann, hier ist der Plan zu Zero Trust und wenn er dem folgt, dann habt ihr das in einem Zeitraum X geschafft. Es gibt aber Schwierig, also Stellen, wo sich immer Schwierigkeiten herausstellen, zum Beispiel an so der Grenze zu wir machen die neue Software und wir haben das Legacy-Zeug. Und ich hatte das am Anfang mal gesagt, inwieweit, also relevante Fragen sind da, wie weit kann ich denn das Legacy-Zeug noch beeinflussen? Also sind das heißt Legacy erst mal zugekaufte Third-Party-Zeug, kann ich bei gar nichts machen und dann hat man da so eine Sollbruchstelle, da kann ich halt kaum Zero Trust machen oder habe ich das, aber das ist, wie man das so manchmal aus Legacy kennt, keiner weiß mehr genau, wie es funktioniert. Die ursprünglichen Entwicklerinnen sind alle schon in Pension und Rente gegangen. Die Dokumentation ist dürftig, es baut vielleicht gar nicht mehr so, also man kann gar nicht deployen oder Deployment ist immer ein Riesentheater, weil automatisierte Tests fehlen. Da dann natürlich sozusagen anzufangen, Zero Trust-Prinzipien ranzuklopfen, das wird natürlich extrem schwierig und das sind halt genau diese Bruchstellen zwischen Legacy und neuer Software, da wird es dann halt schmerzhaft, weil ich habe einfach gesagt, manchmal lohnt sich das nicht, aber wenn ich es einbaue, wenn ich sage, ja, nach und nach lösen wir das ab, unser Zehn-Jahres-Plan ist hier die Legacy-Software abzulösen, da muss ich die neuen mit diesem Zero Trust-Prinzipien aufbauen, aber gleichzeitig noch die Perimeter-Security beibehalten und auch Übergänge zu machen, um zu sagen, wie sieht es jetzt aus, ich habe eine Firewall, die beschützt mein Legacy-System und die kommt mit statischen IP-Adressen klar, aber meine neuen Services sind hier dynamisch provisioniert nach Auslastung und die kriegen immer neue IP-Adressen. Wie kriege ich denn die jetzt da rein? Und da fängt es dann an zu schmerzen und zu sagen, okay, da müssen wir vielleicht in dem neuen System irgendwelche statischen IP-Adressen zuweisen und können kein Autoscaling benutzen, weil neue Services halt nicht auf die alte Datenbank oder das alte Altsystem zugreifen können und so. Und genau in diesen Bruchstellen ist die Schwierigkeit, beides bedienen zu können, weil ich designe nach sehr unterschiedlichen Prinzipien, muss ich aber erstmal eine ganze Zeit beide beibehalten und da schmerzt. Wie gesagt, wie kann man die am besten überwinden? Das ist eine Frage, die kommt sehr auf den Kontext an. Also wie sieht die IT-Systemlandschaft da aus? Wie viele Legacy-Systeme gibt es? Kann ich die anfassen? Also anfassen im Sinne von kann ich da noch eine Erweiterung schreiben oder könnte ich da vielleicht ein Proxy vorsetzen oder so ein Security-Gateway? Okay, der mir diese Aufgaben so übernimmt, also der alles abwickelt, so welcher User ist das? Darf der das? Von welchem Service kommt das? Und dann nach hinten den Request weiterleitet und das Legacy-System weiß gar nicht, dass da irgendwo Zero Trust im Spiel ist, sondern denkt, ja kommt aus meinem Netzwerk, das ich kenne und von der IP-Adresse, die ich kenne, alles ist gut. Das kann man ja machen. Das ist halt die Frage, zum Beispiel auch sehr wichtig, wie viele Endpoints muss ich denn damit bedienen? Wie viele Regeln will ich denn jetzt anwenden da drauf? Also kann ja vorher sein, ja, es gibt Policies, die niemand überprüft hat und jetzt muss ich die irgendwie umsetzen und dann habe ich halt 2000 Regeln auf einmal, also 2000 Policies, die irgendwie beachtet werden sollen. Dann macht das halt einen Unterschied, als wenn es die Policy gibt, ja oder nein. also deshalb, das kann man nicht pauschal beantworten. Aber wie gesagt, größtes Problem sind die Bruchstellen zwischen alter und neuer Welt, weil ich da beides machen muss und manchmal widersprechen sich halt auch die Prinzipien so ein bisschen oder nicht widersprechen sich, sondern stehen sich gegenseitig im Weg und dann wird schwierig. Aber also mich beruhigte deine Aussage von vorhin, dass es ohnehin nicht ein Zero Trust ja nein ist, sondern eine Zero Trust Skala. Also selbst wenn wir jetzt anfangen, wir haben dieses große kombinierte System, wir haben in der neuen Welt viel mit Zero Trust getan, wir haben es schwer, die alte Welt in die Richtung anzubinden. Wir haben ja trotzdem schon großen Schritte in die Richtung getan und sind auf dieser Skala weitergewandert, einfach wegen dieser Bemühungen in der neuen Welt. Also ich glaube, das ist auch irgendwie beruhigend zu wissen. Ja, also man sollte sich nicht einschüchtern lassen, weil sagen, wir können es nicht erreichen, weil da so viel Legacy ist, sondern wir können vielleicht nicht die 100 Prozent erreichen, aber für unsere neuen Systeme können wir das erreichen und haben implizit deutlich mehr Security als in den Altsystemen und da schauen wir mal, wann wir die ablösen können oder ob wir die hinter so einen Security Gateway hängen können, der Teile davon übernimmt und die so ein bisschen abschirmt. Also das geht schon alles. Wie gesagt, wir haben einfach gesagt, viel Marketing und Produktverkaufen und Sonstiges. Also keine Angst vor Zero Trust. Eigentlich schöne Schlussworte, keine Angst vor Zero Trust. Ja. Ich hätte noch mal eine andere Frage, aber vielleicht ist die auch komplett Banane. Ich finde es total lustig, dass du eben ganz am Anfang schon, also wir spulen einmal bis zum Anfang dieser Episode, du hast gesagt, dieser Begriff kommt einfach aus dem Jahr 2010, wenn ich es jetzt richtig erinnere. und es gab sogar irgendwie 94 schon mal den Begriff in irgendeiner Dissertation. Also selbst wenn ich jetzt 2010 nehme, das ist jetzt auch 13 Jahre her, das ist schon gar nicht mal so frisch. Denkst du es, also entwickelt sich irgendwas nach Zero Trust? Also was kommt dann? Weil ich finde es so lustig, dass wir über sowas Altes heute sprechen und die Leute interessieren sich. Also die Frage kam aus dem Publikum, sprecht doch mal bitte darüber. Und der Begriff ist schon so alt. Also ich finde es irgendwie lustig, dass es eigentlich so alt ist. Also meine Frage ist einfach nur, kommt was nach Zero Trust? Bildet sich da was heraus? Oder ist das jetzt einfach gerade das Ding und wird auch jetzt noch die nächsten 20 Jahre das Ding bleiben? Also ob das jetzt die nächsten 20 Jahre das Ding bleibt, das weiß ich nicht. Ich wüsste das gerne, wenn man so ein bisschen planen kann, wohin der Weg geht. Im Moment sehe ich kein anderes Security-Modell so am Horizont, wo man sagen würde, aber das nehmen wir noch viel mehr. Sondern die Prinzipien sind ja auch gut. Ich kann, aber was man sieht und wo du sagst, das ist jetzt auch zehn Jahre, gut, das sind jetzt 50 JavaScript-Jahre, aber wenn wir in anderen Bereichen der IT sind, dann geht es ja auch nicht immer so schnell. Also wir arbeiten heutzutage auch noch wieder mit Microservices und der Begriff ist jetzt auch schon länger im Raum und jetzt da schwingt das Pendel, jetzt kam der modulare Modulite dazu und sonstiges und die Begrifflichkeit, was heißt denn überhaupt Microsoft, das hat sich auch so ein bisschen gewandelt oder sagen wir mal geschärft. Also es ist vielleicht immer noch nicht 100% klar, was man darunter so versteht, jedenfalls nicht formal. Ich kann nicht sagen, ab Zeile 501 ist es jetzt kein Microservice mehr, sondern man hat so eine Vorstellung, aber das ist ja auch ein Konzept, was auch viele Grauzonen hat. Bei Zero Trust ist es ja ähnlich, da werden vielleicht auch noch neue Prinzipien dazukommen und manche werden vielleicht auch wieder verschwinden, weil sie sich nicht so als tragbar erweisen werden, weil vielleicht der Aufwand zu hoch ist in der Umsetzung oder weil es aus anderen Gründen dagegen spricht. Und manche haben wir ja, die sind formuliert, haben die aber kaum erreicht. Also das mit der Device-Integrität ist so ein Thema in allen möglichen Zero Trust-Architekturen und was man so kauft oder anwendet, ist das sozusagen außen vor. Und ich glaube, das wird, der Kern wird erstmal beibehalten und es werden vielleicht Dinge dazukommen, Dinge wieder rausfallen, weil sie sich als nicht machbar erweisen oder nur mit unendlich finanziellen Ressourcen machbar erweisen. Trotzdem sollte man so ein bisschen auf der, wenn wir so die 10.000 Fuß Ansicht nehmen, da, das wird eine ganze Zeit bleiben, auch wenn in den Details Unterschiede gehen wir. Also zum Beispiel, wie werden wir die User authentifizieren, da ist ja viel im Gang. Noch sind die Passwörter dominant, aber Apple, Google und Microsoft pushen ja ihre Passkeys als Passwort Ersatz, was eigentlich mal, eigentlich war das ja mal ein zweiter Faktor. So mit WebOSN hat man irgendwie einen Hardware-Token oder so, hat sich nicht durchgesetzt, weil diese Hardware-Token sind halt im Handling doof, kann man kein Backup vermachen, muss man extra Hardware kauft, jetzt bauen die drei Großen das ein in ihre Geräte und so, dass man synchronisieren kann, dass es über biometrischen Schutz geht, nicht mehr über das Passwort und das ändert sich und wird auf einmal nicht mehr der zweite Faktor, kann man immer noch nehmen, aber wird propagiert als Passwort Ersatz. Also in Sachen User Authentication ändert sich viel und ich glaube, auch wenn Passkeys nur ein Faktor sind, sind die für den Standard-IT-Nutzer in so einem Konzern wesentlich sicherer als ein Passwort und da ändert sich halt viel und das ist alles unter dem User Authentication, das heißt, darunter ändert sich viel, obwohl dieses Prinzip halt Strong User Authentication halt dann schon älter ist, aber was das in der Implementierung heißt, ändert sich halt zum Beispiel gerade und ich hatte ja gesagt, ein Weg wäre auch der Passwortmanager gewesen, aber ich glaube, das Passkeys wird sich wahrscheinlich noch eher durchsetzen, weil einfach der Druck von Apple, Google und Microsoft dagegen kommt man halt nicht mal so schnell an mit dem Vorschlag nimmt doch lieber alle Passwortmanager sind schon da, außer OnePassword, die unterstützen mich dann, aber ich bin nicht gesponsert, also das ändert sich. Auch Service Authentifizierung, das kriegt man jetzt sozusagen umsonst mit, wenn man so ein Service Mesh macht, aber das könnte man sich ja auch anders vorstellen, das muss nicht im TLS sein, das können ja auch irgendwelche Tokens sein, es gab früher mal Kerberos als Token, die User und Maschinen vielleicht authentifizieren, also das gab es schon vor Zero Trust, also länger als zehn Jahre, da drüber erinnern sich Dinge, das wird sich wandeln, aber dass man halt sozusagen als Oberst, also Verifier Never Trust hat, das wird wahrscheinlich lange bleiben und wie das genau aussieht, da wird es Änderungen geben, deshalb finde ich auch, ist die Zeit jetzt nicht so, so, so lang jetzt mit diesen bald 15 Jahren, das andere ist auch, wie gesagt, ich hatte vorhin scherzhaft so gesagt, die in JavaScript Jahren und Frameworks hat man 50 Jahre, andere Teile wie so, was weiß ich jetzt hier, so eine Firewall, vielleicht so als Hardware Appliance ist oder so, sowas wechselt man halt nicht so schnell aus, wie das JavaScript Framework oder auch gesamt, wie so ein Netzwerk aufgebaut ist, das ist mit ganz anderen Aufwänden verbunden dabei, also hat das eine längere Vorlaufzeit, wie glaube ich auch insgesamt Architekturthemen, eher eine längere Zeit Haltbarkeit haben als jetzt konkrete Implementierungen, weil bei JavaScript hat es halt, also deine Architektur ist dann vielleicht eine Single-Page-App im Web und da gehe ich dann in zehn Jahren durch drei Angular oder fünf React-Versionen, aber trotzdem habe ich am Ende die Architektur, ich habe eine Single-Page-App, die ganz viel Logik auf dem Client macht und viel Computation auf dem Client macht und wenig auf dem Server, das Architekturprinzip ist dasselbe geblieben, auch wenn sich die Implementierung ändert und so. Ist das für mich auch in diesem Security-Modell Zero Trust so, dass da Implementierung, Details werden sich ändern, das Prinzip, High-Level-Prinzip wird bleiben, auch in den nächsten zehn Jahren. Danke für die Einschätzung, hast du dich gut gemacht. Wir nähern uns so ein bisschen dem Ende, möchtest du vielleicht noch so zum Abschluss Quellen empfehlen, wo man sich noch gut weiter in Zero Trust, in die Thematik, vielleicht auch in konkretere Prinzipien, also konkretere Implementierungsprinzipien oder was auch immer einlesen könnte? Ja, ich würde empfehlen, das Original von dem Kinderpack zu lesen, das gibt es zweimal, also es gibt das Original und dann so eine Updated-Version, da ist der Titel leicht anders, um die Begrifflichkeiten kennenzulernen, weil viele der Begrifflichkeiten sich sozusagen da geprägt haben. Da würde ich empfehlen, auf jeden Fall auch von der NIST den Guide zu nehmen, der jetzt für die Vereinigten Staaten, für die Behörden und so so eine Zero Trust Architektur aufgezeichnet hat. Der ist nämlich so ein bisschen sozusagen mehr State of the Art. Der hat auch noch, die NIST ist nämlich immer einfach zu lesen, aber das ist ein ganz gutes Dokument dafür und auch das von der von dem britischen National Cyber Security Center, deren Publikationen dazu. Die würde ich lesen, die sind öffentlich zugänglich, das ist, glaube ich, mal ein guter Ansatz und ja, ansonsten, die, ich weiß nicht, ob es gerade gute Bücher gibt dafür, mir war keins bekannt, da wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtig dabei und bei YouTube muss man schauen, da gibt es ganz viel dazu, vieles davon finde ich eher, aber der John Kinderwagg hat auch einige Talks auf Konferenzen, die er gehalten hat dazu, die sind da auch öffentlich oder auf YouTube dann mal veröffentlicht worden, da kann man dann auch nochmal reingehen, weil er hat dann nämlich auch so ein Talk wie, das heißt Implementing Zero Trust, da geht es dann dann so ein bisschen von denen, wo ich ja sagte, da sind viele Dinge drin, die nicht sehr konkret sind, also in dem ersten Report und Implementing gibt er dann auch Ideen, wie man sowas umsetzen kann, das Video würde ich auch empfehlen. Sehr cool, da packen wir auf jeden Fall dann die Links so in die Shownotes von den schriftlichen Dingen, die du sagtest und auch von dem Video, was du gerade meintest. Sehr cool. Ja, vielen Dank Christoph, dass du heute hier warst. Ich glaube, ich muss mir jetzt ein T-Shirt drucken mit Keine Angst vor Zero Trust, fand ich irgendwie extrem lustig. Also ich finde auch gut, wenn wir die Folge quasi unter diesem Motto beenden, keine Angst davor zu haben. Genau, danke, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke an euch da draußen, die ihr jetzt nicht live zugeschaut habt, sondern das Video aufgezeichnet angeschaut habt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen rund um das Thema habt, stellt sie gerne im Slack oder auch im Schnack. Der Schnack bleibt auch noch ein bisschen offen. Der Link dazu ist im Slack. Genau, wir werden die dann auch noch versuchen zu adressieren und zu beantworten. Und dann würde ich sagen, schönes Wochenende an euch alle. Tschüss. Schönes Wochenende. Ciao.